Okay, also merke, wenn du in den Schutzraum gehst, die Tür zufällt, egal ob du das Medi-Pack beendet hast oder nicht, es wird sofort durchgedrückt. Weil ich hab gerade erst angefangen und es ist trotzdem sofort durch. Ja, aber es ist trotzdem weg. Leider. Das wär ja auch der geilste Bug. Ja, es wär ein lustiger Bug. Dann könntest du das ganze Spiel mit einem Medi-Pack beenden. Macht ja keinen Sinn. Oh ja, du bist so gut und brauchst noch nicht mehr eins. Weil du spielst auf ganz einfach. Dann ist es auch möglich. Na komm, ich nehm mal mein Sniper-Rifle. Walk and load. Ey, woher stellt ihr Schussstiel, ey? Eine Bratpfanne voll Liebe. Die Spielpfanne. Kennt ihr alle? Das Spiel Schnitze. Hör auf damit! Das Spiel Mosaik. Der Spiel Störer. Nicht der Verderber. Lade nah! Ach ja. Hey, babe. Hey, babe. Dein Pulli ist rot. Oder um es mit dem Titel, oder, ja, dem Gag eines Zombie-Films zu sagen, du hast da was rotes. Ja, kann ich mir schon sagen. Und, was für ein Zombie-Film war das? Schreib's in die Kommentare! Ein kleiner Tipp, es ist kein reiner Zombie-Film, es ist eine Zombie-Komödie. Oh, klugscheißer. Oh, klugscheißer. Was? Was? Wir müssen jetzt Zombie-Komödie. Was ist da alles für Kappes-Upgrade? So lustig. Ich höre einen Smoker. Schmocker. Oh, schön Mocker. Oh, Mocker, den kann ich jetzt auch verteilen. Nein. Voll in die Fresse. 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 Auf die Fresse. Auf die Fresse. Das ist ja fast Kriegsgebiet. Oh. Wir sind Kanaten! Verbandszeug. Sprengladung. Oh ja. Sehr gut. Da hast du jetzt mein Medi-Back geklaut? Ne. Da. Nein. Was zum Teufel machen die? Die zerbomben hier alles. Handgun. Drop it like a sword. Drop it like a sword. Sehr nützlich. Hier war eine fette, fette Party. Na ja, so fett. So viele Leute sind jetzt hier noch nett. Eine Runde Billard? Klar. Wann und wo? Äh. Hier. Sofort. Ein bisschen. Pool. 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 Geht ja gar keine Bälle. Warst du müsste der Leichenhaufen jetzt nicht so angenehm? Auch wahr. Hast du gehört, was Coach gesagt hat? Nö. Mitten rein. Ja, mitten in die Frisse rein. Immer schön tief rein. Ja. Äh. Friss meinen Käse. Leck meine Eier. Wow. Bleib am bohnen, du. Leck meine Eier. Leck meine Eier. Ich hab übrigens mal die unsensierte Version von Left 4 Dead gesehen. Mega geil. Schass. Ich hatte sie noch so richtig auseinanderfallen und so. Ich hatte sie mal, ähm, mein, ich wollte als Anführungszeichen Schwager, also der Freund meiner Schwester, äh, der hatte die Version mal und hat zu mir gegeben. Es ist auch geil, also. Es ist nicht zu vergleichst mit der deutschen Version. Äh, vom Gameplay her ist es dasselbe, nur halt, dass dieser, äh, Detailgrad bleibt. Das ist, ähm, das für einen eigentlich schon das Spielgefühl. Ja, weil es einfach, ja, wie soll man sagen, es macht einfach mehr Spaß. Oder nein, es macht niemand mehr Spaß, aber es ist einfach mehr, es ist belohnender. Ja, und realistischer, weil, äh, naja, wie viel Zombie-Apokalypsen, äh, verschwindet eine Leiche, wenn man die gerade, äh, erschossen hat. Quikki aufm Klo? Schnapp mir einen Schuss! Ja, klar, komm. Brrrr. Nicht mit dir. Die beiden anscheinend. Da waren zwei Männer alleine auf der Toilette. Warum bist du denn mal so zu mir? Nee, ich hab mich so. Ich hab aber keine Lust. Boah, jetzt hab ich dich nicht so. Nee. Was kannst du denn auf deinen Penis rumtrampeln? Wie, kein Tramping heute? Nein. Heute haben wir es aber auch verschärft. Und nicht nur ein bisschen. Friss seinen Gäser. Äh, ich starte jetzt mal hier das lustige Spaßmobil. Aufpassen! Ich mach es! In die Eier. Na, du hast alle, alle Supports, die hier zugehören. Mach, mach. Bei uns ist es nicht so einfach, einen Traktor zu starten. Machst du mehr als so einen Hebel um dich. Au. 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 Die Musik ist schön. Naja, unsere Traktoren brauchen aber auch keine halbe Ewigkeit. Naja, unsere haben, unsere haben ein bisschen mehr PS. Und runter mit ihr. Und runter mit ihr. Rätstige Musik. Ja. Swing. Swing King. Aber wo war denn nochmal? Ach doch, Hitman! Ja. Bei Hitman war das. Der Swing King. Das war die Demo-Mission. Oh. Jetzt können wir rüber. Jetzt komm. Na okay, wir können rüber. Geh doch mal durch. Oh, ich bin ein bisschen am Aua machen, ne? Ich heil mich mal eben da. So, weiter geht's. Ding, 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 ding. Okay, das dürfte erstmal reichen. Das will ich auch mal wieder gerne spielen. Die alten Edition von Pokémon. Oh, ja. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte Gelb damals. Ich hatte... Ich hatte überhaupt nicht geschnallt, wie das Spiel funktioniert. Ich hatte Gelb, Rot, ähm, Blau hatte ich auch, nur Grün hatte ich nicht. Ähm, dann hatte ich Silber und Gold. Die hab ich noch mit. Gut, also meine, meine Schwester... Also ich hatte Silber, meine Schwester hatte Gold. Dann hatte, äh... So Grubi, Saphir. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Halle zurück! Vorsicht, Molly fliegt! Schau das auf, wo du stellst, die hat's verdient. Haha. Brenn, Baby, brenn. Wir können hier nicht... Lass, Coach, Coach, ist schon. Coach, Coach, Coach das. Hahaha. Gib mir Deckung, muss mich verabsten. Hast du das noch verdient, blöde Schlampe? Sieht er aus wie eine Schlampe? Schlampe? Haha. Jeder schnappt seine Waffe. Does he look like a bitch? War die auch mega geil, die Szene. Wie sieht Marcellus Wallace eigentlich aus? Lade! Ja, nimm doch mir deine Rübe nicht hoch, wenn ich da schieß. Ja, zurück. Ah, okay. Okay. Oh. Lade nach. Ah, ii. Ich hab... ich hab... die Hals nicht zu heiß eingestellt. Ja? Ja, mein Ellbogen krebt am Pisch. Uuuh. Spaß. Nein! Äh, wenn du Munition siehst, schrei bitte einmal. Wie denn? Ah! Es kann auch ein weiblicher Schrei sein... Ah! Äh... Ein Tundenschrei... Haaa! Hoppala! Ich lass dir da alle Möglichkeiten auf... Das ist... Jetzt du, um es ne Tür zu benutzen. Komm, Ellis, rauch dir noch eine. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Eiskalt! Achtung! Super! Ich nehm Tabletten. Ja, so sieht's doch aus. Lade nach! Ah, Munition! Sehr gut. Drop it like it hard. Autsch! Oh! Nächst passiert, bin auf dem Zombie gelandet. Haha, das ist gut. Piss dich. Piss dich, Alde! Lade nach, lade nach. Uutz! Schade! Ja, die hat in dem Moment drauf geschossen. Ich lade nach! Ich lade nach! Ich werd verletzt! Der Zombie trägt ne Rüstung! Ich werd mal bekloppt. Ich glaub, ich werd weg. Schürfe endlich. Ich geh am... Ne, ich dreh am Stock und, äh, lauf am Teller. Oh! Lade nach! Lade nach! Na hör mal, wer ist hier der Imbiss? Du oder ich? Äh, wenn wir uns nicht beeilen, sind wir alle gleich ein Imbiss. Hahaha! Hume! What? Da kommt die Marinade! Da ist ein Hunter! Out! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Schöne Witch! Die Brücke! Wir kommen hier raus! Ja, da oben auf dem Container steht ne Witch. Man teilt sich mal wieder die Augen aus, wie immer. Ich lade! Hör dich! Ich geb der Witch jetzt mal einen Grund zum Heulen. Licht aus! Wärst du so freundlich, das zu lassen, Schlampe? Ich seh die Schlampe! Lade nach! Schöne dich, dann lass sie doch! Boots! Hahaha! Lade! Genau! Ich hab Verbandszeug, falls ihr was braucht. Ich heile! Da sind alle drin? Ja, ne? Dann mach ich erstmal den Schuppen hier dicht. Mach ma! Das war nicht so schlecht! Schon gemacht! Und Zeit ist raus! Ah yeah!